hier ist ein Haus, erstmal rein da ist irgendwie nichts doch, doch, stimmt bestimmt eine Mohusin ja, das ist gut für mich hier ist ein Waffenbehälter komm mal her Waffenbehälter? ja, so für eine Einhandwaffe wenn du eine findest oh, oh, oh schon ist da eine Waffe drin hast du eine Pistole? ja, Munition ja, hab ich auch nicht ich hab jetzt Munition für eine Mohusin gefunden jetzt brauchen wir nur noch eine Mohusin ja, das ist eigentlich so funktionieren was hast du gemacht? auch nichts ja, du hast bestimmt irgendwas kaputt gemacht das sind Spieler aber nicht ja, ja ich hab irgendwie gehört sei zu euch komm her zu mir und sei durch wollen wir sie abknallen oder? abknallen ist immer gut ich will nicht sterben ich auch nicht tsch-tsch-tsch-tsch, bewegt dich nicht aber so langsam hey komm aber vorsichtig ich habe irgendwie durch hier hier diese ja genau gehört ok komm weiter also ich hab nicht komisch vielleicht habe ich mir nur was eingebildet aber ich habe so eine kleine engländer stimme gehört ich habe jetzt eindeutig die bessere position weil sie in der stadt da sind weil wir bergab schießen so 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 wir sind jetzt von den mittleren von hier von gewitter ja durch den rechten sind wir schon bei lota warum hocken wir jetzt einfach was da sieht man uns für nicht so doll ja du in deinem orangenen scheiß wie sieht man sich bezieht man mich äh man sieht mich sowieso nicht ist doch echt mit meinem blauen backpack wenn man hält dich von hinten sieht dann sieht man sich kaum ja guckst du auf mein arschloch nein nein eigentlich habe ich dir direkt in die augen hinter dir ein baum scheiße wie das auf uns fällt haha Papa mach ich sie ein Jo ist hier 4 schön oh meine Nase läuft drin nach Hause wir könnten ein bisschen mehr Munition verbrauchen tja laufen wir doch gerade erst hin ne ach kann man eigentlich Waffen in den Rucksack packen oder geht das nicht ja kann man wie du sagst meine Pistole war zum Beispiel im Büro ja eine Pistole ich meine so eine große Waffe ja bleib mal stehen da steht ja nicht ich jetzt nicht weil bei der Mod war es glaube ich 16 Plätze hat sie eine Waffe gebraucht 4 x 4 oder was was 4 x 4 nein 16 äh 8 lang und 2 breit oder so ja aber 4 x 4 auf 16 ja aber ich könnte mich aber auch irren du wirst dich du wirst dich achso ok du hast vor allen Dingen einen Rucksack willst du tauschen? ja meiner ist schon voll verschleißt deiner meiner ist hat einen schaden schaden erlitten ich hab ihn mal meinen Pfad ich hab meinen Rucksack meinen Pfad ausgeliehen und hat er ihn ein bisschen kaputt gemacht ist auch busy ja ja klar ok komm laufen jetzt oh oh bleib mal stehen bleib mal stehen wieder in die Hocke in die Hocke ja gerade jetzt gerade jetzt sehe ich wie hungrig ich bin alter so ne scheiße ja dann komm zurück bleib doch nicht auf dem Feld stehen Spacken bleib hier hinter dem Baum stehen ach bist du nie auf deinen Hunger geachtet du hast Entschuldigung dass ich nicht so oft auf Tabu-Lot drücke du bist so ein Noob glaubst du mir gar nicht glaubst du mir gar nicht doch glaub ich dir sowas von ach du liegst da oben ich dachte schon so gleich geht's ab Alter wenn ich die ganzen Bohnen aufgemitzen hab wie ein superschnelles Tempo ich fress bisschen Ton ne ich fress Tonfisch äh ich hab noch ne Dose Bohnen ja ok komm weiter da da musst du noch helfen nein nein schnell über das Feld flitzen flitzen auch noch flitzen auch noch guck dich mal um ne das wenn du Spieler siehst äh sagt Bescheid an beiden Seiten ist Straße so weil hier so ein Bogen ist was sind das da vorne ne das ist das das ist so ein umspannungswerk oder so ja ja hochspannung vielleicht auch ne ne umspannung nein hochspannung das ist ne hochspannungsleitung ne das stimmt aber das ist ne umspannungswerk glaube ich äh die stromversorgungswerk scheiß Teil hier ist ein Hammer ah das brauchen wir nicht hm ich bin grad ja was machst du hier ist ein Helm dazu gebrochen Schlüssel äh brauche ich nicht gegen Headshots ich bin zu pro für den Helm ich hab immer einen Helm A Auge was ist damit da kommst du eh nicht rein da ist ein Finger drinne kommst du da rein nein er läuft den Berg hoch er läuft den Berg hoch er läuft den Berg hoch